Die Primär-A-Division 1949-50 war die 19. Spielzeit in der Geschichte dieser Fußballliga. Die Saison startete am 4. September 1949 und endete am 23. April 1950. Vor der Saison, als Titelverteidiger, ging der vierfache Meister CF Barcelona ins Rennen. Letztjähriger Wiesemeister wurde der FC Valentia. Aufgestiegen aus der Sekunder-Division sind Real Sociedad und C.D. Malanga. Abschlusstabelle Legende nach der Saison Erste Atletico Madrid Meister Absteiger in die Sekunder-Division 13. Gymnastik di Tarajua 14. Real Ovido Aufsteiger in die Primär-Division Real Santander C.D. Alcoyano UEFA Real Mercia Pichichi Trophäe Die Pichichi Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit vergeben. Die Meistermannschaft von Atletico Madrid Ber сотNT G laughs Mö 1 Mikael d d d d